Schönen guten Morgen, Samstag, der 14. Jänner, 9. Bezirk, 9. Distrikt, Berggasse und Porzellangasse, Quassing. Let's go into the Berggasse. Let's go. This is one of the most famous places called the Hound of Siedlerfreude. Here's the Caféfreude, the Coffeehouse Freude. Here we are in the corner to the Liffensteinstraße. Here we are in the corner to the Liffensteinstraße. Here we are in the corner. Here we are in the corner of the Liffensteinstraße. Here we are in the corner. Here we go. Here we are in the corner of the Liffensteinstraße. Ah, nein, sie mussten wieder auch nicht besser. Ah, nein, sie mussten wieder. 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 Jetzt wird Zeit für Handschuhe. Ah, nein, sie mussten wieder. 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 So, here is the American Embassy, you see the fences, but this was already here, the fences before 9-11. So, here we go. 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 Das ist die Beaver Brewing Company. Das ist ein schönes Ort, eine gute Selektion. Hier in der Lichtensteinstraße. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Pauli Lichtenstein Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. See you next time. Bye.